Jeden Monat suchen wir uns eins der Puzzleteile aus und bearbeiten dieses mit den Kindern intensiv. Mattengespräche Über das aktuelle Monatsthema sprechen wir in unseren Mattengesprächen, wo wir einmal in der Stunde zusammensitzen und mithilfe von Bildern, Videos oder Rollenspielen die Themen Respekt, Mut oder Freundschaft besprechen. Hausaufgaben Jeden Monat bekommt ein Kind eine Hausaufgabe passend zum Monatsthema mit nach Hause. Ausgefüllt und voller Stolz bringt es die Hausaufgabe wieder mit und bekommt vor der Gruppe das Abzeichen verliehen. Dieses Abzeichen kann dann auf den Anzug gebügelt und gesammelt werden. Übungen Damit das Gelernte auch direkt praktisch geübt werden kann, trainieren wir das aktuelle Monatsthema auch in unseren Sozialkompetenzübungen. Ob ein einfaches Hallo oder Tschüss zum Thema Umgangsformen oder wie kann ich mich durchsetzen oder mich selbst behaupten.